Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Bayerischen Landtag, in dem es heute um die Frage vom Andi aus Augsburg geht, der mir zunächst einmal hochsympathisch ist, weil er sich geoutet hat als Fan des AFV, unserer Augsburger Panther. Da haben wir was gemeinsam, lieber Andi. Und als solcher hat der Andi in meinen sozialen Medien verfolgt, dass ich am vergangenen Montag beim Präsidium, bei der Geschäftsführung des AFVs gewesen bin, um uns miteinander auszutauschen über die Frage, wie es weitergeht jetzt, wenn die DEL-Saison wieder startet, wie also die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien organisiert werden kann. Und jetzt will der Andi von mir wissen, wie sieht es denn aus, wann darf ich endlich wieder ins Stadion? Ja, Andi, da gibt es erfreuliche, da gibt es richtig gute Nachrichten. Und zwar deshalb, weil der Bayerische Landtag in dieser Woche zu einer Sondersitzung zusammengekommen ist, um eine komplette Neuaufstellung der bayerischen Corona-Regeln vorzunehmen. Und weil das intensive, das leidenschaftliche Werben von uns Freien Wählern, auch für Kunst, Kultur und Hallensportarten für den Teamsport, dabei entsprechende Wirkung gezeitigt hat. Wir haben also neue Regeln getroffen für den Zugang zu den Stadien, aber auch zu Kunst und Kultur. Und die Good News ist, ja, es kehrt endlich wieder ein gutes Stück Normalität und Freiheit ein. Ja, Andi, wir zwei können wieder zum Eishockey gehen und andere können wieder zum Handball gehen, zu Kunstveranstaltungen gehen, zu Kulturveranstaltungen gehen. Was gilt jetzt? Was gilt, ist die 3G-Regel, also Gleichstellung von Geimpften, Getesteten und Genesenen. Aus meiner Sicht sehr wichtig, nicht 2G, sondern 3G, denn es gibt ja auch Menschen, die sich beispielsweise gar nicht impfen lassen können wegen Vorerkrankungen, solche, die sich nicht impfen lassen wollen. Und die müssen dann eben über einen Test nachweisen, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht, während sie im Stadion sind, bei Kunst, bei Kultur sind und genießen dann die gleiche Freiheit, die gleiche Normalität wie diejenigen, die geimpft oder genesen sind. Also 3G als grundständige Regel und dann im Hinblick auf die Zuschauerkapazitäten zunächst einmal die Möglichkeit im Sinne eines Sockels 5000 Menschen in das Stadion hineinzulassen, in die Kulturveranstaltung hineinzulassen. Ein Wahlrecht für die Veranstalter, entweder 5000 Menschen mit der Maske im Sinne eines zusätzlichen Schutzes oder aber entsprechend mit den Abstandsregeln entsprechend weniger. Und darüber hinaus, über dieses Kontingent von 5000, darf jeder zweite Platz, also die Hälfte aller Plätze wieder besetzt werden, bis hin zu einer Gesamtobergrenze von 25.000. Heißt also bei uns beim AIV in Augsburg im Kurt-Frenzel-Stadion, die Bahn, die dürfen in Zukunft von den gut 6.000 Plätzen 5000 wieder fix besetzt werden mit Maske und die 12.000, 14.000, die dazukommen, von denen noch einmal 500, 600. Das heißt, wir können wieder zusammen mit 5.500 anderen Leuten Eishockey live in Augsburg sehen. Wir können uns wieder Handball live anschauen, wir können wieder zu Kunst, zu Kulturveranstaltungen gehen, wir können wieder Konzerte besuchen. Unter der Maßgabe dieser Regelung 3G, mindestens 5000, so mit Maske, falls der Abstand nicht eingehalten werden kann, und jeder zweite Platz bei weiteren Plätzen über die 5000 hinaus. Ich glaube, eine sehr gute Regel von uns freien Wählern ist bekannt. Wir hätten uns auch vorstellen können, 3G und sonst nichts zu veranlassen, eine einfache, eine griffige Regel und die Stadien dann bereits wieder voll auszulasten. Aber dieser Zwischenschritt jetzt mit der Regelung, wie soeben beschrieben, ist auf jeden Fall geeignet, um erstens wieder Wirtschaftlichkeit für die Vereine, die anders als im Fußball ja nicht von Fernsehgeldern, sondern von den Fansleben herstellen zu können, um Kunst und Kultur endlich wieder aus diesem Koma zu holen, in die sie von Politik verlegt worden sind. Aber auch geeignet, um für uns alle wieder ein Stück weit Normalität einkehren zu lassen, weil es zum guten Leben und zu der besonderen Lebensqualität in Bayern einfach dazu gehört, dass man auch an Kunst, an Kultur teilnimmt und dass man auch mal zu einem Sportevent geht. Also sehr gute Lösung und auch Erfüllung dessen, wofür wir Freien Wähler in den letzten Wochen und Monaten intensiv geworben haben. Weg von der Inzidenzfalle hin zu mehr Normalität und Freiheit mit 3G als Zauberformel, um Sicherheit auf der einen Seite, Normalität auf der anderen Seite, Freiheit bestmöglich unter einen Hut zu kriegen und den Kapazitätsbeschränkungen, die glaube ich jetzt in den allermeisten Bereichen wieder eine sehr, sehr gute Auslastung und eine Rückkehr in unser altes Leben zulassen. So viel, lieber Andi, zu deiner Frage. Jetzt muss quasi nur noch der ARV gut in die Saison starten, sodass es auch sportlich passt. Die politischen Hausaufgaben, die sind entsprechend gemacht worden. Wenn ihr auch hier eine Frage habt zu Sport, zu Kunst, Kultur oder zu irgendeinem anderen politischen Thema, dann postet die wie immer unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian.